ich grüße euch recht herzlich zu einer neuen folge auf youtube euer trends 17 tv transek hier am mic ich begrüße euch heute zu einer neuen folge resident evil 7 heute geht weiter und zwar gehen wir wieder in den keller zurück meine munition ich habe jetzt noch 15 schuss das ist nicht viel aber das risiko müssen wir eingehen ich bedanke mich auch schon mal im voraus natürlich wie immer bei euch fürs freundliche kommentieren und liken ich hoffe ich stelle mich hier heute nicht allzu doof an hier müssen wir rein wir könnten natürlich erstmal noch mal das kraut mitnehmen ich bin immer ein freund möglichst alles raffen ja da ist nämlich noch kraut entschuldigung so ok frosch im hals und schwabbel so ich habe keine munition mehr ich habe doch noch munition da ist doch munition oder geht schüttchen oder muss ich da erstmal auf munitionssuche gehen ich hoffe der kommt hier jetzt nicht her da müssen wir um den tisch rumlaufen anders geht es nicht so kommen wir hier aber ich habe keine munition mehr das gibt es doch nicht so dann muss ich ihn gleich überlisten kommen wir kommen schon bei jim bob hier muss ich lang hier ja keine munition mehr das gibt es doch nicht so schnell hoch hier jetzt muss ich erstmal meinen status checken hier ich habe keine munition mehr was ist das denn für eine munition hier verbesserte munition kann ich nicht nutzen das ist ja mal übel sprach der dübel kombinieren da kann ich nichts kombinieren so ein sheet und die munition ist mal richtig schlecht hier würde ich sagen ich habe ja den schlüssel zum scorpion raum jetzt sind hier noch ein paar hübsche sachen dass ich mir hier noch ach so das ist jetzt nur ein ausgang ja das ist ja auch der alte hier gleich rumgeistert dann habe ich natürlich oh ich brauche unbedingt munition das ist ja mal richtig dumm gelaufen moment hier ist doch hier ist doch auch ein schlüssel moment wo war denn diese blöde waffe hatte ich doch irgendwo gesehen das war hier nicht das ist oben gewesen ich muss nach oben in diesem komischen billard raum wenn ich ja jetzt den skorpionsschlüssel habe vielleicht finde ich hier auf dem weg ja noch munition das ist aber jetzt richtig scheiße gelaufen würde ich sagen keine munition mehr und der alte ist wieder da genau das sieht nicht gut aus so ein sheet was ist das für ein raum hier das ist ein schlangen raum oh wenn der jetzt hinterher kommt ach wo war denn dieser blöde billard raum hmmm was tun sprach zeus war der hier ich muss unbedingt munition finden munition ich habe ja noch ein dietrich ich meine hier war doch auch noch irgendwo munition jetzt bin ich aber im eimer hier du hier war doch so viele schubladen da nix moment da war nix das ohrpendel voll aufgeschmissen scheit kalte munition da unten nochmal rein vielleicht finde ich hier nochmal munition ja das ist ja mal richtig dumm gelaufen würde ich mal so sagen ich muss nach oben die komme ich dennoch nach oben hier verdammte angst oh ja ich auch ich bekomme auch hunger wo ist der sack da also der geht da gerade rein ich bin ne hier muss ich rein das nix dauert nicht mehr lang dann pick ich dich und leg dich auf kuckuckuck ja ich auch um dich cookie oh oh und schnell wieder runter tschüssi Oh shit, 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 shit Oh, ich muss hier erstmal rein So, ich verschwinde wieder in meinem Loch hier Ich geh erstmal weg Hier hab ich ja noch meinen Geheimgang Die Flucht vor Mr. Baker Oh mein, oh mein, oh mein Das ist ja mal übel gelaufen hier Boah, wenn jetzt irgendein Feind irgendwo kommt Dann hab ich aber richtig die Moorskarte auf hier Da ist doch auch noch, glaub ich, schon Raum Ja Da bin ich doch wieder Ne Der bringt mich nicht weiter, der Raum Hm, hm, hm Verdammte Axt, wo gibt's hier denn noch Munition Auf der Suche nach Munition Da hab ich aber nur das Psychotonikum noch Ich brauch den Schlüssel Flitten Munition, die bringt mich auch nicht weiter Die verbesserte Munition nimmt er nicht Das ist doch unfassbar Viel einfacher Hm, hm, hm Hm, hm, hm Hm, hm Oder ich muss von dem Monster fliehen Muss ich das so versuchen Muss das Risiko eingehen Zumindest nehme ich das Messer jetzt mal Da werde ich wahrscheinlich nicht viel mit ausrichten können Da ist nix Hier ging's auch noch rein Vielleicht hab ich hier noch Glück, dass ich hier Munition finde Mit diesem stinkigen Bad hier Das ist schon mal Oh ne, oh ne, oh ne Tschüssi Kowski Scheiße Ah ne, ich geh wieder Ich geh hier jetzt rein Oh shit Shit Das ist falsch Ah Da kann ich durch Jetzt spawnen die Viecher aber auch überall Hier Boah, ist das hier Oh oh Da komm ich wieder hoch Mal gucken, ob die hier herkommt Hallo Hallo Da ist man hier aber ganz schön in den Hintergekniffen Wenn man keine Muni mehr findet Unfassbar Dass es hier keine Munition mehr gibt Ne, ich hab alles mitgenommen hier Jo Das Psychotonikum kann ich nehmen Das ist vielleicht gar nicht schlecht Da komm ich mit rein Schlangenschlüssel Aber ich kann jetzt Hab ich jetzt vielleicht die Möglichkeit Wenn ich das nehme Dass ich besser Munition finden kann Da ist noch was Was ist da? Ah, was ist das? Ach, die blöde antike Münze Kann ich eh nichts mit anfangen Hier war doch auch irgendwo noch was Da Da ist noch irgendwo was Das sind noch mehrere Sachen Komm ich nicht rein Wach Da unten ist noch was Flüssige Chemikalie So Oh, shit, shit, shit Da ist er schon wieder Oh, oh Ah, da kann ich nichts mit anrichten Ich bin jetzt hier einschließ Da kann ich wieder hoch Ja, jetzt zeig ich dir einige Sachen an Aber ich komm da nicht rein So Ähm Ich muss glaube ich erstmal Da was Wenn ich hier irgendwas mach Oh, shit Da kommt das nächste Monster Da ist aber glaube ich Der Schlüssel Oh Scheiße Wow Zwei Stück schon Oh, oh Oh, oh Wow, 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 wow Jetzt gehe ich aber hoch Das war gar nicht mal so schlecht Würde ich sagen Ohne Munition hier klar zu kommen Ist richtig hardcore Vielleicht kann ich den Schlüssel greifen Ohne dass ich die jetzt angreife Das wäre natürlich richtig ausgeschlafen Da ich keine Muni mehr hab Cool, dass die Türen alle auf sind Ah, wo ist jetzt der schnellste Weg Ich muss in diesen blöden Raum nochmal rein Da Ich muss nur einmal diesen Schlüssel jetzt haben Ja Nein Das gibt's doch nicht Schlüssel für den Zerlegungsraum Ich hab nicht genug Speicherplatz Das ist doch nicht Schmeiß diese Drecksmünze weg hier Schmeiß sie weg Schmeiß sie weg, Mensch Das gibt's doch nicht, Mensch Schmeiß sie jetzt weg Blöde Münze So Schlüssel Zerlegungsraum haben wir Und jetzt noch heil hier rauskommen Zwar keine Muni mehr Aber egal So Ich speichere auf jeden Fall jetzt ab Auch wenn ich keine Muni mehr hab Aber wir haben den Schlüssel schon mal Das ist schon mal sehr viel wert Für den Zerlegungsraum So Meine Lieben Das hat heute ein wenig Bisschen länger gedroht hier Puh Ich bin richtig kaputt Ohne Munition Das ist echt hardcore hier Das Spiel Ähm Ich bedanke mich bei euch Fürs freundliche Zuschauen Wir machen hier einen freundlichen Schnellen Fixen Cut Und äh Ja Wenn's euch gefallen hat Dann lasst doch bitte Ein Like da Wenn nicht Dann lasst ein Dislike da Ich bedanke mich auf jeden Fall Bis zum nächsten Mal Haut rein Und Tschüssi Kowski